In diesem Video wollen wir eine Rechenregel, die wir schon für natürliche Exponenten kennengelernt haben, erweitern und zwar auf ganzzahlige Exponenten. Es handelt sich hierbei um die Rechenregel a hoch n dividiert durch a hoch m und das ist ja, wie wir wissen, a hoch n minus m. Nur diesmal ist n und m nicht Element n, sondern Element z, also Zahlen wie minus 3, minus 2, 1, 0, 1, 2, 3. Zur Erinnerung, der Exponent war die Zahl, die hoch steht und also hier das n oder das m und die Basis war das a bei unserem Beispiel hier jetzt. Schauen wir uns dazu das Fenster Rechenregeln für Potenzen an. Am besten du drückst gleich auf Pause und probierst alle vier Beispiele selbst zu überprüfen. Sehen wir es uns gemeinsam an. Wir wollen diese Rechenregel überprüfen und zwar für m und n Element z. Schauen wir uns dazu gleich das erste Beispiel an. Da haben wir ein n gleich 5 und ein m gleich 2. Also können wir schreiben a hoch 5 dividiert durch a hoch 2 und das ist jetzt nichts anderes als a mal a mal a mal a dividiert durch a mal a. Nun können wir lösen und es bleiben a mal a mal a bleibt übrig. Also a hoch 3 und a hoch 3 erhalten wir aber auch, indem wir gleich die Exponenten, nämlich n minus m rechnen, beziehungsweise die Exponenten im Subtrahieren. Also a hoch 5 minus 2. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Da haben wir n gleich 3 und m auch gleich 3. Also a mal a mal a dividiert durch a mal a mal a und hier können wir wieder kürzen, machen wir das mal. Es bleibt also kein a übrig, somit steht oben und unten, also im Zähler 1 und im Nenner 1. Und 1 ist ja nichts anderes als a hoch 0, wie wir im vorgehenden Video festgestellt haben. Da 2 hoch 0 auch gleich 1 ist und somit ist jede Zahl hoch 0 gleich 1. Und das erhalten wir, indem wir a hoch 3 minus 3 rechnen. Kommen wir zum dritten Beispiel. Hier haben wir n gleich 2 und m gleich 5. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass das jetzt das n und m vertauscht ist im Vergleich zum ersten Beispiel. Schauen wir uns jetzt an, was hierbei rauskommt. Wir haben a hoch 2, das ist wieder a mal a und a hoch 5 spalten wir auch auf. Dann können wir kürzen und uns bleibt 1 dividiert durch a mal a mal a übrig. Also 1 dividiert durch a hoch 3. Das können wir aber anders anschreiben, nämlich mit a hoch minus 3, wie wir auch in einem vorgehenden Video schon kurz gesehen haben. a hoch minus 3 erhalten wir aber jetzt, indem wir a hoch 2 minus 5 anschreiben bzw. rechnen. Und das letzte Beispiel, da haben wir ein n gleich minus 2 und ein m gleich minus 3. a hoch minus 2 würde ich euch empfehlen jetzt anders anzuschreiben, nämlich 1 dividiert durch a hoch 2. Und a hoch minus 3 würde ich auch anders anschreiben, also 1 dividiert durch a hoch 3. Da ich persönlich einfach lieber mit positiven Exponenten rechne. Nun können wir einen Doppelbruch auflösen, nämlich indem wir außen mal außen dividiert durch innen mal innen rechnen. Also kommt raus, a hoch 3 dividiert durch a hoch 2. Und jetzt machen wir dasselbe wie bisher. Wir spalten die Potenzen auf, also haben wir a mal a mal a dividiert durch a mal a. Wir können kürzen und uns bleibt 1 a übrig. Und das können wir anschreiben mit a hoch 1. Und das erhalten wir, indem wir a hoch minus 2, also n minus m rechnen und m ist minus 3, also minus 2 minus, Klammer auf, minus 3. Somit minus 2 plus 3 und das ist a hoch 1. In diesem Video haben wir also gelernt, wie wir die Rechenregel a hoch n dividiert durch a hoch m gleich a hoch n minus m auch für ganzzahlige Exponenten anwenden können. Ich hoffe ihr habt viel gelernt. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.